Die Käserei Glocknitz im Bezirk Neunkirchen dürfte die Quelle für Listerin sein, die mit acht in Wien aufgetretenen Erkrankungsfällen, davon drei mit tödlichem Verlauf, in Zusammenhang stehen sollen. Der Verdacht hat sich erhärtet. Bei der AGES, der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit, wurden in den vergangenen Tagen drei neue Proben aus dem Betrieb analysiert. Der dabei festgestellte Listerinstamm sei nur in dem betroffenen Betrieb und bei den acht Erkrankten aufgetreten. Der Abgleich auch mit Datenbanken im Ausland habe ergeben, dass dieser spezifische Erregerstamm nirgendwo sonst in Österreich und auch in keinem anderen EU-Land festgestellt worden sei, so die Experten. Damit habe sich der Verdacht, dass die niederösterreichische Käserei die Quelle dafür sein dürfte, erhärtet. Ein Lebensmittel, das den Stamm enthielt, wurde bisher aber nicht gefunden. Auf Basis der neuen Erkenntnisse wurde dem Betrieb eine dauerhafte Sanierung mit vorübergehendem Produktionsstopp vorgeschrieben. Das teilt die Abteilung für Veterinärangelegenheiten und Lebensmittelkontrolle beim Amt der niederösterreichischen Landesregierung mit. Die Sanierung beinhalte eine Reinigung und Desinfektion mit nachfolgendem Leerstehen und vollständiger Abtrocknung der Räumlichkeiten und Gerätschaften. Nach entsprechender behördlicher Überprüfung würden seitens der zuständigen Fachabteilung die weiteren Entscheidungen getroffen, heißt es. Vergangene Woche war ein Rückruf für Kaimark, Trinkjoghurt und Frischkäse aus dem Unternehmen erfolgt. Dessen Chef hatte einen Zusammenhang mit seinem Betrieb damals zurückgewiesen und gemeint, der Fehler müsse anderswo liegen. Das Unternehmen werde regelmäßig kontrolliert, eigene Proben seien unauffällig gewesen. Listerin seien in einem Restaurant in Wien festgestellt worden, in dem Produkte der Käserei angeboten wurden, hatte der Betreiber gemeint. Zuvor hatten routinemäßig durchgeführte Clusteranalysen der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit ergeben, dass acht seit 2020 aufgetretene Erkrankungen auf einen identen Listerinstamm zurückzuführen sind. Listerin können Auslöser für Magen-Darm-Erkrankungen und grippeähnlichen Symptomen sein. Bei bestimmten Personengruppen, wie zum Beispiel Schwangeren, kleineren Kindern, älteren Menschen und Immungeschwächten, können sehr ernste Krankheitsverläufe und sogar Todesfälle auftreten.